Ja, grüße dich! Heute machen wir deine Schulter freier und somit auch dein Schlüsselbein und auch dein Nacken. Der ist auch mit dabei, der spielt da auch mit eine Rolle und hier auch dein Oberarm. Und das alles mit einer Übung. Herzlich willkommen zum 1 Minute Beweglichkeitsflow. Ich bin der Tobias von DeineFaszien.de und das ist die Methode für mehr Lebensqualität. Also wenn du auf der Suche nach echten Übungen bist, die dein Leben bereichern, dann bist du hier genau richtig. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt neu hier bist, direkt heute mitzumachen mit der Übung. Ich zeige sie jetzt gleich einmal und dann machen wir sie heute eine Minute lang. Da wir jetzt linke Seite und rechte Seite voneinander getrennt machen, machen wir 30 Sekunden hier, 30 Sekunden da. Und das ergibt dann die Minute. Du kannst gerne auch, wenn du jetzt sagst, oh, der hat mir so gut getan, ich möchte gerne eine Minute da, eine Minute da machen, das ist auch okay, aber länger bitte nicht. Und dann auch noch ein Hinweis, weil ich da jetzt in letzter Zeit öfters Kommentare halt zu habe, weil viele Menschen, die halt meine Übungen machen, merken halt, wie gut sie ihnen tun. Und dann machen sie drei, viermal am Tag und das bitte nicht machen, weil das geht nach hinten los, dann wirst du verspannter, weil dein Nervensystem zu viele Informationen bekommt und du ja eigentlich verspannt bist. Und du machst dich immer frei, immer frei, immer freier und das ist dann so ein Kampf, ja. Ich will jetzt nicht so tief in die Materie eingehen, aber es ist ein Kampf, ein Nervensystem, ja, und Faszien so ein bisschen. Und ja, und das Endergebnis ist halt, es zieht sich wieder erstmal mehr zusammen. Und deswegen, es reicht vollkommen aus, wenn du meine Übungen einmal am Tag machst und dann jeden Tag vielleicht eine Übung oder alle zwei Tage, zwei, drei Übungen, das ist dir überlassen. Aber mach sie bitte nicht zu oft am Tag, ja. Ganz, ganz wichtig nochmal, also einfach dieser Hinweis. Gut, dann erkläre ich jetzt einmal kurz die Übung und dann machen wir die Übung, wie ich gerade schon sagte, eine Minute lang. Ja, du machst einmal folgendes, du streckst einmal den Arm hier zur Seite. Wenn du jetzt schon Schulterproblemen hast oder merkst, oh, das verkrampft hier alles, ich kriege meinen Arm nicht mehr länger gehalten, kannst du den Arm auch etwas tiefer nehmen. Und jetzt fangen wir erst einmal an, du konzentrierst dich hier auf die Schulter und drehst die Schulter nach vorne rein. Und dann drehst du die Schulter nach hinten und dann wieder nach vorne und nach hinten, ja. Ja, hier, das ist der Anfang, das ist aber noch nicht die ganze Übung, das ist erstmal nur ein Teil. Das machst du erstmal. Wenn du jetzt hier verspannt bist, kann es sein, dass du das erstmal nur so machst, ja. Vollkommen in Ordnung, du musst es nicht gleich so machen, wie ich es hier zeige. Ja, ich zeige es mir von der Seite, weil meine Schulter ist frei, die ist komplett beweglich. Natürlich, das ist, ja, da kannst du auch hinkommen, ja. Aber das muss nicht sein, dass es bei dir direkt so aussieht. Und das ist okay, wenn das so ist. Also nicht da jetzt gleich denken, oh mein Gott, ich kriege das ja gar nicht so hin. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du dich befreiter fühlst und leichter fühlst, auch in der Schulter. So, also, Schulter nach vorne. So, und jetzt kommt, siehst du hier, wenn ich die Schulter nach vorne mache, kommt meine Hand schon mal so ein bisschen mit. Und jetzt, wenn die Schulter vorne ist, drehst du die Hand nochmal mit ein und dann merkst du, kommt die Schulter noch weiter nach vorne. Und jetzt wippst du in der Endposition zwei, dreimal rein. Jetzt ziehst du die Schulter nach hinten. Erst kommt die Schulter nach hinten und dann kommt die Hand. Nicht andersrum, also nicht erst die Hand und dann die Schulter, sondern wir konzentrieren uns ja auf die Schulter nach hinten und dann die Hand und dann wippst du das nach hinten, ja. Das ist allein schon eine super Faszienübung, aber jetzt kommt noch die andere Seite mit dazu. Das heißt, die andere Seite, da machst du folgendes. Du drehst den Daumen nach außen und du schiebst den Arm diagonal nach unten, sodass die Schulter hier runtergezogen wird, ja. Hier, dann mach das und hier macht auf der rechten Seite, auf der anderen Seite, machst du einfach nur diese Drehbewegung und eine Stechbewegung nach unten. Kriegst du hin. Ansonsten, wenn das zu kompliziert ist, machst du nur das, ist auch okay, wird dir auch schon gut tun, aber so wirkt sie noch mehr. Das zieht dann noch mehr, weil einfach ein anderer Faszienverlauf noch mit dazu kommt und du dich dann einfach noch besser fühlst. Also das hier ist die Übung. So, und hier. Schulter nach vorne, genau. Und jetzt, weil hier am Schlüsselbein, dann hier an den Rippen sogar, da ziehen alles, fast alle Verbündungen, auch Muskelstränge, die alles mit der Schulter und Nacken zu tun haben. Und damit wir die auch noch reinkriegen, nehmen wir auch noch deinen Kopf mit dazu. Und zwar hier rechts nach schräg unten, links arbeiten und der Kopf geht. Wenn du nach hinten drehst, geht der Kopf zur linken Seite und wenn du nach vorne drehst, geht der Kopf in die entgegengesetzte Richtung. So, und dann kannst du noch, also eigentlich zeige ich dir heute nicht nur eine Übung, ich zeige dir eigentlich sogar schon vier Übungen, echt der Hammer, was du hier bekommst. Dann kannst du noch den Unterkiefer mit dazu nehmen, indem du das noch machst. Also hier, also wenn du den Kopf so hoch machst, den Unterkiefer so nach vorne schieben. Das ist letztendlich die Übung. Und dann machen wir, wie gesagt, 30 Sekunden die eine Seite und dann 30 Sekunden die andere Seite. Und dann wirst du hier, in dem Bereich, auch hier, wirst du das gleich merken. Das fühlt sich, also je nachdem, wenn du sehr verspannt bist in dem Bereich, dann kannst du gar danach das erstmal deutlich merken. Du merkst, dass es besser durchblutet wird. Das kann aber auch sein, dass es zieht, das ist alles ein Zeichen, dass du da was machen musst. Okay, jetzt stelle ich mir mal einen Timer und dann machen wir die Übung. 30 Sekunden da, 30 Sekunden da. Ich fange jetzt mal mit rechts an, weil ich jetzt gerade die ganze Zeit links gemacht habe. Deswegen fangen wir mit rechts an. Also hier, zack, zack, kennst du ja die Übung jetzt. Ansonsten sputzt du gerne nochmal zurück, dann, wo ich die Übung erkläre. Okay. Und, bist du bereit? Und Action. Einmal wechseln, die andere Seite. Hier. 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 Okay. Das war's. Minute ist rum, meine Uhr vibriert. Ja, und jetzt merkst du hier so alles in dem Bereich. Ja, also das fühlt sich richtig, richtig gut an. Wenn du jetzt sagst, du wärst ja, aber ich habe ein Schulterproblem, das kriege ich damit nicht im Griff. Ja, das ist richtig. Da musst du viel mehr Sachen noch berücksichtigen, wenn man Schulterschmerzen hat. Da gibt es auch die ein oder andere Video, was ich hier schon präsentiert habe. Da habe ich dir Top-Übungen gezeigt. Aber auch das alleine wird dir nicht reichen, wenn du wirklich Schulterschmerzen hast. Da musst du wirklich alles, was mit der Schulter zu tun hat, berücksichtigen. Da gehören auch zum Beispiel die Fingerchen dazu. Da denkt kaum jemand dran. Ja, und da alles findest du in meinem Programm. Die Lösung zu. Remove your shoulder. Also wenn du Schulterschmerzen hast, ist das mein ganz klarer Tipp. Hol dir dieses Programm. Link packe ich dir in die Beschreibung mit rein. Weil da wirst du von Woche zu Woche geführt. Das sind vier Wochen. Und jede Woche haben andere Übungen drin, die aufeinander aufbauen. So, dass du dann deine Schulterfreiheit auch erhältst und deine Schmerzen weniger werden. Und du hast natürlich meine Unterstützung dabei. Wenn du Fragen hast, kannst du mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine E-Mail. Und dann werde ich dir Tipps und Tricks geben. Ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Mal gehabt, dass Menschen dann in der vierten Woche angekommen sind und die Übung noch nicht machen konnten, weil ihr Schulterlein so schlimm war. Da habe ich mir Videos von denen schicken lassen, wie das gerade alles aussieht. Und daraufhin habe ich ihnen dann Tipps gegeben, habe sie gecoacht, was sie machen können. Und diese Menschen haben mir dann Videos nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen immer geschickt. Und das ist echt der Hammer, was damit durch meinen Coaching noch mal passiert ist. Und das hast du bei Renuva Schulter dabei. Also wenn es dir ernst ist, deine Schulterlein zu lösen, dann hol dir dieses wirklich geniale Programm. Und ja, das kann ich dir nur empfehlen. Es sind auch Nackenübungen mit dabei. Und ja, das ist meine Empfehlung für dich. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du einen dicken, fetten Daumen nach oben machst für diese geniale Übung heute. Ich finde sie genial. Auf jeden Fall magisch, weil du merkst auch da wieder einen Unterschied. Und ja, deswegen hier einen Daumen hoch machen. Abonnieren nicht vergessen, wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal gelandet bist. Warum? Weil du dann immer informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, was dein Leben begeistert und verändern wird. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittwoch, schöne Restwoche. Wir sehen und hören uns. Dein Tobias. Ciao.